Hey, ihr Lieben. Hey, hey, hey. Ihr habt euch einen wunderschönen Tag. Wir machen heute Geräusche mit der Farbe Grün. Und ja, meine Haare sehen jedes Mal anders an. Ich habe die wieder geflochten und weiß nicht so ganz genau, was ich da mit Jen machen soll. So, auf jeden Fall habe ich hier den Windbreaker von meinem Freund ausgeliehen. Er weiß es noch nicht, denn der ist auch Grün. Stoppgeräusche liebe ich ja. Was ist eure Lieblingsfarbe? Schreibt mir das einfach mal. Das würde mich echt interessieren. Meine Lieblingsfarbe war lange Zeit Rosa. Und ich mag Rosa eigentlich immer noch. Aber, ich weiß nicht, mehr Grün momentan auf jeden Fall. Grün und Tesla auch. Was ich zum Beispiel gar nicht so mag. Ähm, das ist rot. Mag ich irgendwie nicht. Grün und orange. Aber ansonsten mag ich noch gelb sehr gerne. Und ja, grün und gelb. Danke. Das ist schon so. Ich werde das nicht ausprobieren. Ich werde das nicht ausprobieren. Ich weiß noch nicht, wie der genau heißt. Das ist gar nicht groß. Ich werde das nicht ausprobieren. Ich werde das nicht ausprobieren. Ich werde das nicht ausprobieren. Ich habe das nicht ausprobiert. Ich werde das nicht ausprobieren. Ich habe das nicht ausprobiert. Ihr könnt schon wieder, oder? Ich glaube, ich sagte mir erstmal, lieber du. Ich finde es irgendwie persönlich. Auf jeden Fall kannst du schon wieder ein wenig frühe Fahrräuren. Aber ich finde, das fügt eigentlich so ganz nette Windgeräusche hinzu. Schade, dass der keine Regengeräusche macht. Das wär's mal. Ja, das wär's mal. Gut. Diese Haare halten langsam echt warm. So, das mache ich mir wieder um und beginne über zu dem nächsten grünen Gegenstand. Und da habe ich jetzt einfach diese Mappe hier genommen. Die sieht ziemlich blau aus gerade in der Kamera. So turkiesblau im Vergleich zu dem Windbreaker. Aber die ist eigentlich richtig cool. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so ist. So ist es so gut. So ist es so gut. So ist es so gut. Ja, das war mein Mainel-Mapu für Linguistik und dann wurde es die Dokumenten-Mapu. Kina, das ist schön, hein? Das war's für heute. So, ich komme jetzt an die Seite, dann habe ich hier einen meiner Hintergrundschmetterlinge. Fun Fact, die fallen alle ab. Die liegen immer auf dem Boden. Und das ist so lustig, wenn ich auf der Couch liege, abends mit meinen Beinen und dann gucken wir beide dahin. Also hier zur Wand und wieder hin. So, da ist nur noch ein Schmetterling von allen. Wie viele waren das? Sieben oder acht waren das, glaube ich. Und am Ende ist dann nur so einer ganz alleine und alle anderen liegen unten auf dem Boden. Ja, die Kleber ist halt nicht so gut, aber ich habe da kein Problem mit. Ich habe eigentlich noch Butterwecks zu Hause, also ich kann es wieder dran kleben mit einem richtigen Butterweckskleber. So gut. Diesen Schmetterling fanden wir beide ein bisschen eklig, weil der fast schon, ja mit diesen, ähm, weiß nicht, ob das die Fühler sind. Und eigentlich nicht, dass sie es in die Fühler. Ja, auf jeden Fall hier mit diesen Flügel, das so ein bisschen eklig realistisch aussah, bin ich eigentlich ganz froh. Weil du, weil du das ja abgemaltest. Die anderen sind halt so schön rund und der so ein, weiß, das wäre so ein richtig fetter Schmetterling im echten Leben. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, wie der in echtem Augen sehen würde. Und ich glaube, dann fände ich den nicht mehr so, so cute. warst du? Lippe, die Lippe Aliexpress bestellt und ich war vor paar Monaten, als die Geschäfte, die Frühlings- oder die Sommerdekoration sozusagen aufgebaut haben, war ich in so einer Mall und die hatten überall diese Schmetterlinge, genau die gleichen, nur in verschiedenen Farben. Und ich weiß, dass es genau die gleichen waren, weil ich hatte auch verschiedene Farben zur Auswahl, als ich die bestellt habe. Und ich fand das hier irgendwie funny. X-Fatical. 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 Entschuldigung! Es ist auch lustig, dass die in der Kamera so richtig dunkelgrün aussieht, aber wenn ich sie mir jetzt so anschaue, ist die eigentlich relativ, relativ hell. Es ist zumindest nicht so dunkel wie in der Kamera. Es ist einfach nicht so, dass die Kamera so richtig gut ist. Machen wir mal noch ein paar Watch of Sounds, weil hier Tapping ist immer mit dabei. Übrigens, das ist jetzt nicht gesponsert, aber wenn ihr eine gute Wasserflasche sucht, dann kann ich euch die hier wirklich empfehlen, die von 720 Degree. Ich habe sie selber aus einer Hand. Ich benutze sie täglich. Aber ich habe sie in rosa. Ich habe sie aber auch als Geschenk bekommen. Ja, so kann ich mir die Karte nicht aussuchen. Aber ich bin ziemlich zufrieden damit. Okay. Ich kann sagen, wie es er wird, ist es noch immer mit einigen Teufel. Und dann machen wir diese Teufelstheben. Das Geräusch mag ich jetzt voll. Okay. Machen wir weiter mit diesem Band hier. Das sieht jetzt nicht so grün aus, aber es hat definitiv grüne Reflexe. Es ist ein bisschen grün-blau. Das ist ein Stockband für die Apple Watch, aber kein Original. Das merkt man leider hoffentlich, es ist viel zu dick. Es ist sehr viel zu chính. Ich glaube, es ist allerdings auch in der Suche shake-las. Das war's. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich überlege gerade, ob das nicht irgendwann reißen müsste, wenn man so daran zieht beim Aufwachen. Ich bin drauf an, wenn ich ein bisschen weiterleißen ob es ist. Ich bin drauf an die Strecke, die ich jetzt schon an die Strecke tun habe. Ich bin drauf an, die Strecke. Ich bin auf das Strecke. Okay. Ich glaube hier jetzt mal den anderen oder den nächsten Trigger zur Hand. Da habe ich hier diesen Nagellack von Etsy in der Farbe auf Tropic. Den ich aber sehr selten benutzt habe, weil mir die Farbe dann doch zu dunkel war. Aber jetzt mittlerweile habe ich da wieder Lust drauf bekommen, den zu tragen. So. 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 Gehe ich dir mal an dieser Seite. Jetzt haben wir einen grünen Textfrager. Einen Pestelgrünen. Pestel. Pestel. Pestelgrünen. Pestel. Pestel. Dampen die Kabel durch. Pestel. Nachden da schlag auf. H停. Okay. Okay. Ich habe jetzt einen Schuh gelegt, aber ich habe einen Schuh gelegt. Ich schaue die Schmerzen an. Und zum Schluss habe ich noch dieses Dictionello para la enseñanza de la lengua hispanola. Ja, spanisches Wetterbuch. Was ich auch nur einmal benutzt habe für meine Klausur. Aber ich musste es kaufen. Ich hätte mir auch eins ausleihen können. Aber in der Bibliothek waren schon alle ausgelegen. Und dann hatte ich keine Wahl. Es ist zu kaufen. Ich bin halt kein Fan von fetten Wetterbuchern. Wenn man alles auflegt, auch im Internet, nachschauen kann. Vor allem von der Marke Bombs gibt es ja auch eine App. Das ist sogar gut. Luft. Also. Ich habe eine Prenta von vestigen, die sich auf der Kugelbünen und die sich auf der Kugelbünen. Para Bruterella. Okay. Also so irgendwas, was man sich über, oder was sich so kleine Kinder über die Kleidung tun, um sie zu schützen. Nice Barbie. Okay. Okay. Kompatibel. Aber jetzt, wo ich mir das so durchlese, ist es vielleicht gar nicht so blöd, dass es auf Spanisch erklärt wird. Hat Vor- und Nachteile. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lass es hier. Entweder mit einem Gommi oder mit einem Daumen nach oben. Ich verabschiede mich jetzt von dir und wünsche dir noch eine wunderschöne Nacht. Und bis dann. Ciao, ciao. Und bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020